Sehr verehrte Mineralienfreunde, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video hier am Kanal Matrix Minerals TV. Ich hoffe, euch geht es gut in Anbetracht des grässlichen Wetters draußen und ja, ich habe heute mir erlaubt, mal die Steine rauszunehmen, mal die Vitrinen sauber zu machen und auch die Steine mal ein bisschen zu waschen, denn der Staub lügt nicht, der setzt sich überall fest. Alle diese Stücke hier, was ihr jetzt hier seht in dem Video, das ist Material, das kennt ihr eigentlich schon, das ist jetzt nichts Neues, das ist eigentlich eine Wiederholung. Und zwar sind das in dem Fall jetzt hier Stufen aus China, von Wui Can oder von Dai Mine Hubei, hier dieser schöne Red Quartz und verschiedenste andere Fundstellen, hauptsächlich immer mit Wui Can und Hunan, also Xi'an Hua Bu Mine oder Xi'an Hua Ling, das sind Stücke, die habt ihr in irgendwelchen Videos vor einiger Zeit schon mal gesehen und wie gesagt, ich nehme das jetzt einfach mal auf, weil das gerade so schön sauber ist und blitzt alles und demzufolge China Mineralien ja in letzter Zeit überhaupt nicht in den Videos erschienen sind und der ein oder andere hat vielleicht das gar nicht gesehen, also ist es im Prinzip doch neu für die ein oder andere Person. Wie ihr wisst, ich habe ja immer China Mineralien eigentlich immer genügend verfügbar, aber in letzter Zeit waren ja keine Chinesen auf den Messen, also abgesehen davon, es waren ja gar keine Messen und wenn mal eine war, wie in München, da waren Chinesen nicht zu sehen, also die haben momentan irgendwelche Einschränkungen, Reiseeinschränkungen, ich glaube die dürfen dann nicht mehr zurück, wenn die ausreißend wegen dem Corona und der ganze Zirkus da, da sind die Chinesen ganz kompliziert, aber nicht desto trotz habe ich hier doch noch einige hübsche Stücke verfügbar. Ich gehe mal ganz kurz drüber und versuche mal ganz kurz zu erklären, was das alles ist. Wir haben also in diesem Regal verschiedenste Fluoritte mit Oktaeder, das ist hier eine Oktaeder Stufe, durchscheinend mit Fionettenkristallen, dann hier diese Vujan Fluoritte mit den Kupo-Oktaedrischen Kristallen oder Rondendodecaeder Kristallen von Vujan, genauso auch wie diese Stufe hier und dann haben wir hier ein Stück von Dai Mini Hubei mit Bleiglanz, das ist eigentlich sehr selten, da es dort den Bleiglanz nur nur sporadisch gibt und es gab mal eine Zeit, da hatte ich solche Stücke bekommen, aber davon kann man träumen mittlerweile und ich zeige euch mal hier an diesem Stück die Farbe, also wie ihr sehen könnt Leute, das leuchtet so durch, so so Raspberry Red ist das so, ganz besondere Farbe haben diese Kristalle. Das ist, das sind schon bemerkenswerte Stücke und vor allen Dingen saubere Stücke, das fasziniert mich immer selber, weil ich kann das nicht leiden, wenn es so dreckig ist und staubig ist und ja das sind also Vujan Stufen hier von der Aquitomine hier, 1, 2, 3 und 4, dann haben wir da hinten ein Stück mit so himmelblauen bis türkisfarbenen Fluorid, das ist eine Stufe von Yao Gangsian, ob ihr es glaubt oder nicht, schaut euch mal diese Kristalle an, riesen Kristalle an, riesen Würfel von Yao Gangsian ist das ein Stück und ja wie gesagt vom allerfeinsten her diese Fluoride, die haben diese Tansanit Farbe, deswegen wird der auch so als Tansanit Fluorid bezeichnet und die haben ja immer Preise, das ist ja der Wahnsinn. Aber schaut euch mal bitte meine Preise an, dass ihr mal seht was Sache ist. So, da haben wir eine Stufe von Bayrendaba, Innere Mongolei, das ist hier so ein Stück mit Fluoridkristallen und dann ist hier drauf der, der, wie heißt das wieder? Pyrotin, das wäre es mir fast nicht eingefallen, denn der Pyrotin ist eigentlich ein Mineral, was in China sehr selten gibt. Das gibt es nur an dieser Fundstelle in der Mongolei, also das ist also, ich muss dazu sagen, das ist nicht Huangang, muss man dazu sagen. Das ist Bayrendaba, so heißt das. Und zwar hat mir das der Herr Ottens, schönen Gruß soll ich ausrichten, vom Herrn Ottens, der Spezialist für die China Mineralien. Ihr kennt ja das Buch, der Herr Ottens, ein Freund von mir, hat mir gesagt, das kommt von Bayrendaba, das ist ziemlich neu, das Material, deswegen auch relativ unbekannt. Die drei Stücke da hinten, die vergessen wir mal schnell, denn die kommen woanders her. Das ist noch ein Stück von Vujan, ihr seht selber Leute, Dakitomine, fantastische Fluoridkristalle. Da ist noch mal so ein Stück mit Galenid und Dolomit. Von Dayenmini Hubei ist das, gleiche Fundstelle wie dieser Quarzigel, der dann später noch zu sehen ist. Nochmals von Vujan und hier haben wir zum Beispiel ein Stück mit dem sogenannten Lölinggit. Lölinggit, das ist ja bekannt eben aus dem Bergwerk in der Mongolei, also Huangang Mine. Und zur damaligen Zeit hatten die sowas und da ist sogar drauf der Chilid. Wir haben hier Chilid-Kristalle. Das ist Chilid und Lölinggit. Dann haben wir hier großen Kubo-Octaeder-Kristall von Vujan, genauso auch noch mal hier so einen Violetten. So wie noch ein größeres Stück mit dem Kubo-Octaeder-Kristall. Da hinten ist eine schöne große Octaeder-Stufe, wie gerade schon gesagt. Da müsste ich direkt mal, habe ich leider kein kleineres Stück, dass man das mal rausnimmt und kurz durchleuchtet. Das ist brutal, diese Farbe. Hier haben wir ein Stück, da sind so Perimorphosen-artige Aushüllungen drauf, als Quarz-Kristalle. Die Matrix besteht aus Quarz und da sind die Fluorid-Kristalle drauf gewachsen. Fundort-Fragezeichen, müsst ihr bitte in der Webseite nachschauen, da steht es drin. Ich kann mir auch nicht alles merken. Sehr außergewöhnliches Stück. Und da haben wir noch eine Stufe mit diesen Quarzen, mit dem Hämatet. Chinlong-Guang-Dung ist die Fundstelle. Und da hinten nochmal so eine Stufe mit den violetten Octaedern. Also tolle Stücke sind das. Also ihr müsst das mal live sehen. Und dann halt die typischen Fluorid-Stufen von Xian Huapu bzw. Xian Hualing. Und da oben nochmals die Stufe ebenso von Vujan. Dacitomine, große Stufe hier mit Kuba-Octaedrischen Fluorid. So wie der gerade schon erwähnte Igel-Quarz mit fantastischem Red-Quarz. Also hier, schöner geht es wirklich nicht. Das ist die beste Red-Quarz-Stufe, die ich jemals bekommen habe. Kostet auch ein bisschen mehr, deswegen steht sie auch noch da. Ein Kubo-Octaeder-Kristall hier innen mit blauen Phantomen oder violetten Phantomen. Hier nochmal eine Stufe von Xian Hualing bzw. Xian Huapu. Die beiden Minen liegen quasi nebeneinander, deswegen schauen die fast gleich aus. Und da ist eine Stufe mit fast transparenten Kristallen von Fluorid. Und das ist also auch gleiche von Stelle Xian Huapu bzw. Xian Hualing. Ist ja im Prinzip die gleiche Mine. So, das waren jetzt hier ein paar Stücke von China, die ich euch einfach mal kurz zeigen wollte. Weil China ist ja richtig in Vergessenheit geraten in letzter Zeit, seitdem es keine Börsen gibt und keine neue Ware mehr aufgetaucht ist. Und es schadet nicht mal das ganze ein bisschen aufzufrischen. In diesem Sinne, Leute, hier war Material von China. Genauso auch wie hier dieses Material. Und jetzt schnappe ich mir doch mal hier diese Platte. Die ist zwar ziemlich groß, aber die ist flach. Das heißt also, vorsichtig rausnehmen. So. Ähm. Die strahlt. Das sind hier so Okta-Eder-Kristalle. Und die haben so ein durchscheinende, ja, die Stufen scheinen richtig durch. Also schön im Sonnenlicht, da ist die Vitrine hier fast ein bisschen zu schwach. Da sieht man es nicht. Und vor allen Dingen ist die Matrix in dem Fall ein bisschen dick. Das eignet sich jetzt nicht unbedingt als Vorführobjekt, das Stück. Muss ich leider sagen. Da habe ich andere, die besser durchscheinen. Egal, die leuchten auf jeden Fall durch ohne Ende. Das war jetzt das Zeug von China, was ihr ja, wie gesagt, schon gesehen habt. Die eine oder andere Stufe wie hier. Das ist kürzlich, habe ich das mal mir organisiert, von Jaogangsjahren. Also das ist ein bemerkenswertes Teil hier. Für China ist es brutal. Also für Jaogangsjahren, also China ist das ein brutales Teil. Ja, und dann habe ich noch hier Stücke Fluorid. Allerdings stammen die nicht von China, sondern von England. Ich nehme das jetzt einfach mal mit auf, weil die hier gerade drin stehen. Und das sind also hier Stufen, fantastische Stücke, eben von der sogenannten Green Loss Mine. Also völlig makellos hier, Green Loss Fluorid und auch Tageslicht Fluoreszenz geeignet. Und das ist natürlich schon ein absolutes Teil hier. Das ist schon genial, das Stück. Das muss man sagen, das ist, also das hat die unwahrscheinlich gute Qualität, das Stück. Also es war auch sehr teuer, muss ich sagen. Da hinten haben wir noch eine schöne große Stufe mit dicken fetten Würfeln von Green Loss. Ich sage es nochmal, Tageslicht Fluoreszenz. Die reagieren also auf das Sonnenlicht, auf das Tageslicht. Ist also zu sehen bei den Stücken. Und das waren jetzt die drei Engländer, ansonsten die restlichen aus China. Und ihr wisst ja, wie meine Vitrine gefüllt war vor einiger Zeit. Leute, das ist alles im Moment, was China angeht, beziehungsweise England. Das ist alles. Das heißt also, es wird dringend Zeit, dass mal wieder Nachschub irgendwo herkommt. Denn ich brauche auch wieder ein bisschen was Neues. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Dass ihr euch begeistern könnt, genauso wie ich. Deswegen nehme ich das jetzt auch auf, um das der Nachwelt zu erhalten. Weil die Dinger, die sind auch nicht mal ganz lang. Also nicht ewig da. Weil die Qualitäten sind einfach brutal. von diesen Stücken. Das ist halt ausgesuchte Topware. Und die kosten halt teilweise auch ein bisschen mehr. Aber Leute, vergleicht bitte die Preise. Da werdet ihr sehen, wo ihr landet. Und da werdet ihr schnell feststellen, dass die Preise von Matrix Minerals doch irgendwie unschlagbar sind. Schaut euch mal schnell das noch an zum Abschluss. Wie das durchscheint hier. Und dann die Qualität, die Oberfläche der Kristalle. Hammeermäßig. Ja, in diesem Sinne soll es das erst mal gewesen sein. Bleibt dran, Leute. Wie immer kommen natürlich weitere Videos. Ich gucke mal, was ich machen kann. Demnächst wird noch ein bisschen Material kommen. Vom Namibia. Mit schönen Schörl-Türmelinen. Und... Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mich mal überraschen lassen, was die Zukunft so mit sich bringt. In diesem Sinne, danke für eure Interesse, fürs Zuschauen. Rührt euch einfach, wenn ihr was wissen wollt. Und ihr wisst ja, ihr könnt mich direkt kontaktieren. Die Daten kommen jetzt gleich in Abspann. Danke nochmals für eure Interesse. Für euren Support. Dass ihr immer dabei seid. Und bleibt gesund. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Und ein herzliches Glück auf. Bis demnächst bei Matrix Minerals TV.